Also ich habe sechs Gründe heute mit dabei und der erste Grund ist, glaube ich, fast der wichtigste Grund und zwar man weiß, dass wenn man jetzt, sagen wir mal, auf den Bausparvertrag anspart, ich spare auf das Ziel hin und zwar das Ziel, in den eigenen vier Wänden zu wohnen und ich kenne es von mir selber, wenn ich mit einem Ziel spare, dann ist es auch nicht so, dann gehe ich da irgendwann mal ran, weil ich vielleicht doch in den Urlaub gehen möchte oder die Handtasche mir doch kaufen möchte, weil ich weiß, das Geld, das ist nicht für irgendwas, sondern das Geld ist dafür da, dass ich mir irgendwann mal den Traum vom Eigenheim kaufen möchte. Deswegen ist das Thema, ein Ziel zu haben, auf das man spart, voll der wichtige Punkt, finde ich, fürs Bausparen, das da einfach zuspricht, ja. Wie funktioniert Bausparen genau? Kannst du das einmal kurz erklären in zwei, drei Sätzen? Ja, gerne. Ich glaube, Bausparen ist so ein richtiges Schwabe-Produkt, wo auch jeder bestimmt schon mal was gehört hat, aber es ist immer so ein bisschen schwierig zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Eigentlich ist es aber ganz einfach, man kann sich den Bausparvertrag vorstellen wie einen Kreis und der Kreis ist in der Mitte halbiert. Sprich, man legt beim Bausparvertrag eine Summe fest, nehmen wir das Beispiel 100.000 Euro und 100.000 Euro ist der volle Kreis. Und wenn man Bausparen nimmt, muss man ja einen Teil ansparen, sprich, die Hälfte vom Kreis, die 50.000, kann auch manchmal ein bisschen weniger sein, wie die 50.000, zwischen 25% und 50% spart man sich an. Also sprich, 25.000 Euro und 50.000 Euro spart man sich selber an. Und die restlichen 50.000 Euro, die man ja noch benötigt für die vollen 100.000, die bekommt man als Darlehen von der Bausparkasse zur Verfügung gestellt nach der Laufzeit. Und das Schöne ist einfach, dass man sich diesen Zins, der ja jetzt ja immer unklar ist in der Zukunft, wie hoch wird er sein? Wir haben es jetzt erlebt in den letzten zwei Jahren, der Zins ist einfach mal geschwind von der Niedrigzinsphase explodiert für uns über 3%. Manchmal gibt es auch schon 4% Finanzierungen. Und den Zinssatz sichert man sich heute ab für vielleicht in 15 Jahren, wo wir gar nicht wissen, vielleicht sind die Zinsen bei 6%, aber der Zins ist festgeschrieben. Ja, das ist so das Thema Bausparen. Ich hoffe, man hat es verstanden. Mega. Und habe mir dann eben für, wenn der Vertrag ausläuft, einen niedrigen Zinssatz, zumindest für einen Teil von dem Geld, was ich dann später brauche, schon mal gesichert. Der zweite Punkt ist das Thema, wenn man zu uns als Beispiel ins Haus geht und sagt, okay, sagen wir mal mit 35, ich habe meine Wohnung gefunden, die kostet 350.000 Euro. Dann ist die erste Frage meistens, die gestellt wird, und wie viel Eigenkapital bringst du denn mit? Sprich Eigenkapital, wie viel Geld habe ich denn für mein Ziel schon angespart? Und da ist es tatsächlich auch so, man spart sich halt einfach mit dem Bausparvertrag. Man hat das klare Ziel, spart man sich das Eigenkapital an, das man sowieso braucht für eine gute Finanzierung. Ja, also man spart sich das Eigenkapital sozusagen auf die Seite an, das man braucht für die Finanzierung später. Ja. Absolut. Das ist das A und O. Man sagt ja heute, circa 20% ist, glaube ich, heute das, was man braucht, Eigenkapital. Ja. Also es ist noch nichts gesetzlich in Deutschland, aber in Österreich ist es beispielsweise schon gesetzlich, dass man, also ich glaube, die 20%, die stimmen sogar. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber einen Prozentteil auf jeden Fall als Eigenkapital braucht. Und als Bank, wir brauchen ja auch eine gewisse Sicherheit, sollte man eigentlich so 20% mindestens mitbringen als Eigenkapital. Ja, also wäre gut. Dann ist auch der Zins, also das hilft einem ja auch. Wenn ich mehr Eigenkapital mitbringe, dann sieht die Bank natürlich auch, die Frau Groß, die konnte ja schon fleißig sparen in ihren letzten Jahren. Die weiß, wie das funktioniert, eine monatliche Belastung zu haben. Man sieht, das funktioniert, dann ist natürlich auch der Zins ein Stück weit geringer. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Zu dem Thema grundsätzlich Baufinanzierung, Eigenkapital und so weiter, haben wir auch einige Videos auf dem YouTube-Kanal. Klickt euch da gerne mal durch, da ist einiges an wertvollen Informationen bereits hier in Videos verpackt. Eigenkapital. Punkt Nummer drei. Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man ist einfach im Gespräch mit der Bank. Wenn uns junge Kunden schon einfach frühzeitig zeigen, sie haben das Interesse, irgendwann mal sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, dann hat man das auf dem Schirm, der Bankberater vor Ort hat es auf dem Schirm und weiß, okay, langfristig ist es das Ziel meines Kundens, ein Eigenheim zu haben. Und da guckt man einfach, welche Faktoren passen da für das Ziel einfach gut zusammen und man kann sich gemeinsam einen Fahrplan ausbauen, wie man das Ziel gemeinsam erreichen kann. Und ist da einfach im Gespräch. Die Banker vor Ort, unsere Berater, die wissen einfach doch die ein oder anderen Sachen noch mehr. Man kann Rückfragen stellen. Also man ist einfach im Austausch auch mit der Bank über sein Ziel, über sein finanzielles Ziel, das man hat für die Zukunft, ja. Und gerade in einer Welt, wo viele Kunden oder viele Menschen auch einfach bei Direktbanken sind, wo es diese Menschen nicht gibt, wo dann wirklich ad hoc einfach nur angefragt wird, dann wird knallhart nach den Daten geguckt und was hast du auf dem Konto, was hast du nicht auf dem Konto. Kommt das schon ganz gelegen? Das ist dann nicht zu unterschätzen, so ein persönlicher Ansprechpartner, mit dem man über viele Jahre auch eine Vertrauensbasis aufgebaut hat. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, das ist echt. Also ich merke das, also ich war selber auch in der Beratung und habe das auch gemerkt. Wenn man einfach zwei, drei Mal mit demselben Kunden zusammensaß, da ist ein Vertrauensverhältnis aufgebaut worden. Man weiß, worum man spricht. Man weiß das Ziel. Es ist einfach was dahinter. Und auch Übergaben finden ja genauso statt. Also die Kollegin, die jetzt mal ein Referat übernommen hat, von denen habe ich das natürlich auch weitergegeben, was die Informationen zu meinen Kunden waren, dass man da auch einfach das Wissen weitergibt. Ja, das ist uns einfach voll wichtig. Auch wenn es sich im jungen Alter vielleicht nicht so anfühlt, aber wenn man dann ein bisschen gesetzteres Alter hat, in die 30er kommt, vielleicht auch schon ein bisschen besser verdient hat, ein paar Gehaltserhöhungen bekommen hat und auch ein bisschen Vermögen angehäuft hat, das ist ja ein Thema. Man macht sich ja gerade vor einer Baufinanzierung auch dann vor der Bank auch ein bisschen nackig. Das muss sich dann auch gut anfühlen. Und wenn man dann jemanden hat, mit dem man darüber schon ein paar Mal gesprochen hat, der auch eine Reise vielleicht schon ein paar Jahre begleitet und auch weiß, wie diese Entwicklung aussah, dann ist das schon ein großer Vorteil. Also kann ich gut nachvollziehen. Wenn du bisher in diesem Video was lernen konntest, dann möchte ich dich um Hilfe bitten. Abonnier diesen Kanal, damit wir einfach sehen, dass wir mit diesen kostenfreien Inhalten auf dem richtigen Weg sind. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber man sichert sich einfach jetzt schon diesen Zinssatz für in Zukunft. Ich habe da immer ein ganz, ganz lustiges Beispiel dabei. Und zwar würde ich heute an der Tankstelle fahren. Ich bin heute Morgen an der Tankstelle vorbeigefahren. Das Super hat 1,85 Euro gekostet. Würde ich heute in der Tankstelle vorbeifahren und der Liter Super würde nur noch 85 Cent kosten. Dann würde ich wahrscheinlich mal Papa anrufen und sagen, Papa, haben wir irgendwo einen Kanister, haben wir irgendwo, keine Ahnung, Möglichkeiten, das abzuzapfen. Sprich, dass ich mir Reserven aufbaue mit diesem günstigen Sprit, damit ich das nächste Jahr nicht mehr tanken muss, so teuer. Das wäre wahrscheinlich mein Verhalten, wäre irgendwas günstig, jetzt zum Beispiel beim Tanken. Und so kann man es eigentlich auch sehen, wie ich es da vorhin schon gesagt habe, mit diesen niedrigen Zinsen beim Bausparen. Man sichert sich einfach schon, wie jetzt beim Tanken, einen Container ab, einen Teil der Finanzierung ab, mit der man sich dann für die Zukunft einfach den Zinssatz schon abgesichert hat. Da kann man einfach nichts falsch machen, sage ich. Also voll wichtig, diesen niedrigen Zins sich abzusichern. Das ist bares Geld am Ende, was man sich dann einspart in der Zukunft, was man dann mehr in die Tilgung investieren kann, was man dann mehr auch übrig hat am Ende und für andere Dinge im Leben ausgeben kann. Einfach nur, weil man frühzeitig darüber nachgedacht hat und immer wieder was beiseite gelegt hat. Gutes Produkt, das ist am Ende der Mehrwert. Ich glaube auch ein Vorteil, das eigentlich, weiß ich nicht, ob das so bekannt ist, wenn man das Thema Bausparen macht, dann unterstützt einen sogar der Staat damit, weil der einfach sieht, okay, man hat sich mit dem Thema befasst. Der findet das ja auch löblich, wenn wir sparen. Und da gibt es zwei staatliche Zulagen, die man bekommt. Und zwar einmal die Wohnungsbauprämie heißt die, die man, wenn man einen gewissen Geldbetrag jährlich in den Vertrag einspart, dass man noch zusätzlich vom Staat dazu bekommt. Das ist die Wohnungsbauprämie. Und dann gibt es noch die Arbeitnehmer-Sparzulage. Die bekommt man, wenn man vermögenswirksame Leistungen in seinen Bausparvertrag einzahlt. Also das sind die zweistaatlichen Förderungen, wo der Staat einen da einfach auch noch unterstützt, an sein Ziel zu kommen. Vermögenswirksame Leistungen, kannst du das kurz erklären? Ja, das ist tatsächlich auch mein sechster Punkt, den ich mitgebracht habe. Vermögenswirksame Leistungen ist eigentlich zusätzliches Geld vom Arbeitgeber, wo man zusätzlich so ein Gehalt bekommt. Das sind zwischen drei bis 40 Euro. Also der Höchstbetrag sind 40 Euro monatlich. Die dafür da sind, dass der Arbeitnehmer, sprich die Person, die arbeitet, einfach sich ein Geld anspart für die Zukunft. Das muss man dann in ein Sparprodukt machen. Das geht beispielsweise auch in einen Fondsparplan. Jetzt bei unserem Beispiel natürlich perfekt geht auch in einen Bausparvertrag, wo man auf ein klares Ziel hinspart. An das Geld von der VL kommt man nicht immer gleich dran. Erst nach sechs, sieben Jahren. Aber es ist halt hier auch so, der Arbeitgeber möchte einen unterstützen, was langfristig ist aufzubauen und Vermögen aufzubauen für ein Ziel, beispielsweise das Haus. Und so ist die vermögenswirksame Leistung nochmal ein Bonbon zum Gehalt dazu vom Arbeitgeber. Einfach auf den Arbeitgeber zugehen, fragen, zahlt es die vermögenswirksame Leistung, zahlen eigentlich die meisten. Also einfach fragen, völlig normal. Meine Bankberaterin hat gesagt, hier, ich soll mal nachfragen, zahlt es die vermögenswirksame Leistung, die meistens machen es. Und deswegen das natürlich auch mitnehmen, das Geld. Du sagst gerade, der möchte dich unterstützen. Ist das eine freiwillige Sache oder ist das rechtlich vorgeschrieben sogar? Vermögenswirksame Leistung ist freiwillig, aber der Arbeitgeber muss einen, wie ist das, ich glaube, er muss dem Arbeitgeber was bieten. Es gibt zum Beispiel auch Arbeitgeber hier bei uns in der Region, die zahlen keine vermögenswirksame Leistung, bei denen kriegt man dann eine betriebliche Altersvorsorge. Also man muss einem ein bisschen was zusätzlich bieten. Ja, die betriebliche Altersvorsorge ist gesetzlich vorgeschrieben, dass da was angeboten werden muss. Ob der Arbeitnehmer das dann wahrnimmt oder nicht, ist dann ihm überlassen. Nochmal zum Punkt Nummer fünf. Wie viel staatliche Förderung gibt es da pro Jahr? Was kann ich da zurückbekommen quasi vom Staat? Wie viel Unterstützung kann ich da erwarten? Also die Wohnungsbauprämie sind 70 Euro und die Arbeitnehmer-Sparzulage sind 40 Euro. Also sprich 110 Euro in Summe, wenn man alles in Anspruch nimmt. Pro Monat? Pro Jahr leider nur. Aber trotzdem wischend was. Ja klar, also gerade wenn ich über 15 Jahre denke, haben oder nicht haben, da kommt schon was zusammen. Richtig. Absolut. Sehr cool. Also Bauspann auf dem Schirm haben, einfach weil man dadurch einen langen Zeithorizont hat und auch links und rechts ein paar Vorteile mitnehmen kann. Zusätzlich zu den sechs Punkten, die ich jetzt mitgebracht habe, habe ich für alle in der jungen Generation, alle, die noch unter 23 waren, einen Bonbon, einen Bonus mit dabei. Und zwar, wenn man sich frühzeitig dafür entscheidet, einen Bausparvertrag über uns, sprich mit unserem Verbundpartner Schwäbisch Hall, abzuschließen, bekommen unsere jungen Kunden noch einen Bonus von 200 Euro. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Auch da wieder, haben oder nicht haben. Richtig. Viele Vorteile, die du dir einfach nicht entgehen lassen solltest. Wenn du denkst, dass Bauspann auch was für deine Freunde sein könnte, dann teile dieses Video unbedingt und lass deine Freunde damit teilhaben. Als nächstes empfehle ich dir dieses Video, in dem du lernst, wie wir Schwaben sparen.